Hallo und herzlich willkommen bei TTT. Mit dabei ist der CalFrax, der Jari und der Judas. Judas? Nein, mit dabei ist natürlich auch noch der Chris, der Gute. Ja, hallo. Der Judas. Ich darf mich spielen. Wir freuen uns. Aber ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Weil du dich heute benommen hast. Wir haben gewartet und gewartet. Seit Stunden. Ja genau, seit Stunden. Oh, ich werde beschossen. Auch dich. Ich werde von oben beschossen. Wow, okay. Äh, was macht das? Glaub ich, dass es so ist. Äh, gut. Der Traitor ist im Traitorraum. Läuft. Warte mal, wer ist denn da? Jari und Dominik. Das heißt, Chaos müsste Traitor sein. Nee, ich bin nicht an den Umkleiden, aber YOLO. Ja, du hast dich nur nicht gepostet. Aber YOLO. Nein. Doch. Warum sollte ich sowas tun? Weil du's kannst. Ich bin ein Guter. Ja, da ist ja Chaos schon. Na Chaos, bist du's? Oder bist du's nicht? Ich hab die Vermutung, du wüsstest. Ja. Ach so. Also ich bin innocent. So. Gitto. So. Okay. Oh Mensch, come on. Also ich sag gleich, das ist Chaos. Oh, du bist das. Ich geh grad. Alter, das war jetzt scheiß, äh, ein scheiß Leck grad. Ja. Und dann will ich die, äh, Treppe hochlaufen und dann krieg ich ein Leck rein. So. Ja. Alles auf Ja, äh, Chaos. Ja. Ja, alles auf mich. So ist das richtig. Oh. Irgendwer, irgendwer schießt auf mich. Ja, das ist Chaos. Wir drei sind ja alle jetzt über die Rutsche gegangen. Oh, wie gemein ist das denn? Chaos ist der einzige. Chaos, du Sepp. Du Sepp. Weil wir eh schon veransichert als erstes. Einfach aus dem Grund bei mir drei Freunde, äh, nah beisammen waren. Es wundert mich allerdings, dass Chaos der Trailer ist, weil er sonst immer die Kidigan benutzt. Das fangt ein Schuss. Glaub ich doch. Aber diesmal hast du dich mit den Kidigan nicht verraten. Das ist, äh, da machst du den Schein schon mal ein bisschen besser. Alter, was hab ich grad für FPS drauf? Läuft. Jawoll. Nee, echt jetzt? What? Und dann hat er auch noch Second Chance? Ach, das ist doch zu kotzen. Moment. Moment. Ich bin das. Chaos hat mich getötet, ist Traitor, aber... Das ist nur die Frage, wo er wieder auftaucht. Ach so, er hat ne Second Chance. Alles klar, er hat ne Second Chance. Das muss ich erst mal kapieren. Das muss ich erst mal kapieren, Freunde. Das ist... Ich hab grad mega FPS drauf zu sprechen. Das ist... das ist die frage wir wissen ja dass er trete ist aber eben ein nachbarn oder der laut musik hier ich denke mal wie wir verbriert es die ganze zeit dass wir in der luft die ganze musik macht bei mir scheiße das nächste mal trägt die musik auch so laut drauf aber das alles nicht zur sache wir sind hier bei ttt trouble in terrorist town für die 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 abkürzung nicht kennen ttt ist trouble in terrorist town von garris mod einer ist hier der trader es sei denn wir sind fünf leute sind es zwei und die restlichen sind innozen die innozen müssen versuchen den trader ausfindig zu machen und zu gehen während trader versuchen muss die innozen zu killen mehr dazu findet ihr in der beschreibung ein link wo alles noch mal genau beschrieben ist also von daher wenn ihr darüber wissen wollt und ist ja bescheid so ok jahre schießt hier erst bei den kabinen gut cause ist der trader hat einen second chance auch schon bis zu recht unter beschuss auch kann ich jetzt hier nicht tun da durch danke bei mir war es kein leck gut vorher ja ich hab mal reingelaufen ich glaube ich muss schon wieder den falschen codec für obs was wird das jahre ich bin meine langeweile einfach ja läuft bei dir ja mussten wie immer auch habe ich mich verraten Ultima ja jetzt schon ja das kaas ja ja ich habe jetzt ein chance ja ich war inno was läuft was dem warum lacht er denn so chemisch wer lacht ja wie wir fragen halt ja wie warum lachst du so chemisch würde nicht beantworten können weil er schon tot ist und deswegen lacht oder so ich bin innocent da habt es jetzt langweiler wisst ihr das was denn ja weil ihr euch jetzt das ist doch langweilig du musst es ja nicht machen aber es ist langweilig weil ihr jetzt schon wisst dass ich bin ich brauche mich gar nicht mehr vorauszureden versuchen nützt eh nix sie haben das auch du hast du noch drei Minuten wenn er von dem ersten Mann bei dem Kleinkohle Scheißkerl er geht Richtung Umklauen Richtung Umkleide, alles klar. Och mann, was bringt der Schneeball denn bitteschön? Läuft. Mann, ich fand das jetzt zu gut. Ja, weißt du, du lachst so hemmig, da hab ich gedacht, okay, die Bitter ist safe, Paul. Ja, das war ganz schön getreut. Bojan. Lutsch. 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 Hab ich überhaupt nicht mehr getroffen? Überall. Gott, das muss man jetzt sensieren aber. Leichenstandog kann ich hier nicht gutheißen. Vergewaltigung, Vergewaltigung, Vergewaltigung. Wollte ich den Schneeball ausziehen und dann vielleicht nicht mehr stehen darf. Ja, ich will doch nur, wollte doch nur wissen, was der Schneeball mag. so, soll ich wieder unverschiebt lachen? Ja, mach gerne. Dann haue ich dich wieder weg, das weißt du. und ich wette diesmal wird es mit einer kitty kann kann sein wahrscheinlich ich will es wäre ja nichts neues nein nicht wirklich mir entgegen dominik da ist dominik servus was ist denn ich bist du nicht er hat mich abgeschossen alter er hat mich abgeschossen klar er hat angefangen wir waren das eigentlich gerade der kleine pool vorbeigelaufen und sich so verdächtig gehalten ich hatte mir gedacht warum läuft er so kurz ich treffe halt auch nie mit dem boomerang boomerang ist halt lautlos ok wer ist das wird knapp ich brauche eine andere waffe weg also jahre ist gerade hinter uns also falls wir von dem da abgeschossen werden dann ist es jahre hier ist jemand in den twitter gegangen also ich bin noch draußen ich habe auch nur gesehen dass jemand da hinten war aber keine ahnung ich habe irgendwie so ein bisschen die vermutung dass eventuell chaos sein ja ich habe doch gesagt ich stehe am pool in dem er nachgegangen ist ja gut stimmt ich habe einen nach links gehen ja läuft ich habe mich geschossen ich habe ihn getötet aber irgendwie vielleicht hat er eine second chance ist wahrscheinlich schon ok also jahre hat auf jeden fall auf mich geschossen ok du siehst du jetzt auf dieser ich ich weil ich spaß dran hab So, wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt? Ich bin unter Beschuss. Tolle Wurst, na toll, okay, alles klar, Chaos ist es. Ich kann mich zum Gebäude rauben und er will auf mich snipen, das ist unschön, ich habe keinen Ausweg hier. Chaos? Ja? Kannst du mich vorbeilassen? Okay. Ich trau mich auch nicht so. Dominik? Nö, tot. Er war eben hinten am Traitorraum. Ich bin tot. Gut, Yari ist schon tot, Dominik antwortet nicht mehr, ich habe irgendwie so das blöde Gefühl. Ich bin auch tot. Wenn ich nicht mehr antworte, dann bin ich tot, Mensch. Schreib dir das mal hinter die Ohren. Furchtbar. Läuft. Ja, das gibt's nicht. Klar doch, die Kiddigun. Hast du dich ja dann bitte schon gekillt? Ich habe nichts gehört. Ich habe nur Dominik gekillt. Naja, aber wie hast du den gekillt bitte? Bitte, Sniper. Wieso habe ich denn den Schreiter nicht gehört? Weil ich eine andere Sniper genommen habe. Ja, die Autosniper. Arsch. Wie ich einfach mal dachte, Yari wäre es gewesen. Ja. Ich hätte echt gedacht, aber du wärst es. Naja. Also wäre es wieder ein Verdachtskill gewesen. Ja. Böser Yari. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Schäm dich eins. Ja. LoL, ich bin außerhalb von der Map. LoL, wir sind das geschafft. Hier. Ja. ja er weiß nicht ganz ehrlich jetzt mal geht hier raus, zack, duckt sich hier hin, keiner findet einen ja gut, aber campen sollte man auch nicht jetzt werden wir auch da nachgucken können ja aber campen sollte man ja auch nicht ja campen ist ja langweilig also wo? werde ich beschossen ok, von wo? ich weiß nicht ist der kaputt geschossen? klar, aber auf meiner Seite sind die auch Fenster ja, wo bist du denn? Ich hab dich halt nicht mal gesehen ja, ja, ja sagt wieder der Richtige der Traitor ist wahrscheinlich ja, sie kommt auch noch hinterher ja Yari? nein geh weg geh weg ich geh ja schon weg Chaos ist da hinten über den Fenstern läuft Richtung Traitorraum alles klar alles klar ich verzieh mich mal ich trau Chaos nicht ja, ich glaub nicht keiner was trauen bei Chaos? das ist mal eher die Frage ja, ja, Yari ja, klar ich bin's ich wollte nur gucken ob du in den Traitorraum gehst ja, ja, ja ich wollte nur gucken ich glaub irgendwie dauert Yari bei dem das ist komisch, ne? ja, das ist komisch, ne? das ist auch so komisch ich trau dir nicht ich trau dir nicht ich trau dir nicht komm, guck, ich geh ich geh mich proven machen, ok? ja, mach das mach das, komm ich will's sehen was machst du denn jetzt hinter mir, Yari? kannst du mal aufhören damit? die Frage ist die Frage ist was machst du hier? ich bin rumgelaufen ja, ich lauf hier auch rum ja, ich lauf hier auch rum ich ah, ist weg oh, scheiße wir sind hier freies Land das laufst du hinterher? ja, du bist mir davor hinterher gelaufen also hey ok, das ist Dominic was ist Dominic? hä? hä? wenn der ja irgendjemand schießt ich weiß noch nicht ich bin's nicht gewesen also schießen wird Yari nicht und ich auch nicht ok, das ist ein Chaos das ist schon mal nicht Chaos ist es schon mal nicht gut Yari darfst du mir die ganze Zeit halt hinterher zeig mir die Waffe, die du in der Hand hast ja, weißt da ah ich komm hier nicht mehr raus ich glaub du, ich hab die gleiche wie du bei Yari ah, hi wie läuft's? bei Yari bin ich nicht sicher, ob er sein könnte vielleicht bin ich's, vielleicht bin ich's nicht das weißt du nur, wenn du auf mich schießt ah, jetzt bist du schon wieder hier ja, das wäre jetzt wieder vertagt, Kehl das wäre eine Aufforderung auf dich zu schießen, Yari nein das war keine Aufforderung da ist das wieder da wir schießen jetzt in meine Richtung komm ich glaub das würde ich grad geschossen das ist schon wie ein Yari, Alter Yari geh rutschen ich auch nur noch, oder? geh rutschen, Yari geh rutschen, Yari da komm, Yari geh rutschen, Yari geh rutschen, komm richtig weg Yari, rutschen, hopp er lutscht die Rutsche weg das ist safe call Yari das ist safe call Yari das hart wundet wundet, ey, was ist das für ein Ego wundet geh in die andere Richtung, geh wieder durch die Duschen rein ach ja so, ich mach mal jede einzelne Dusche auf jede einzelne Dusche ja, ist ja so man weiß auch nicht Twitter könnte sich da irgendwo verstecken oder du nicht ja eben Yari ist da vorne ja erwischt äh, Dominic das war peinlich was denn? ich musste erstmal gucken wo, wo Yari überhaupt ist ja, aber als du genau hinten standest du läufst immer noch näher, näher, näher und dann erst der Schuss also das ich hab den Namen nicht ich hab den Namen nicht sofort lesen können deswegen deswegen hat es ein bisschen gebraucht der war echt sorry der war gut ja, lach dich über mich schlapp der ist gut ja, sorry es war halt einfach zu gut ja, mach ich hey boah boah, es ist ne miese Waffe, ey ich brauch ne andere besser ey, weil ne Glocke ernsthaft um Gottes Willen noch schlechter hm 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 oh ja vor was ich suche ich schenke ich schenke dem Lachen kein Vertrauen was was kannst du ihm vertrauen, wenn er so dreckig lacht hab ich das grad nicht verstanden nein ich schenke dem Lachen keinen Vertrauen ach so ach so ich glaub ich werd geschossen ich bin ein Star, holt mich hier raus von Kars wow sind wir hier bei RTL scheint so Kars ist hinten im abgesperrten Bereich meinst du da wo wir erst dachten das ist äh außerhalb der Map ja ja scheint so lags alter lag halt ab hier Chaos brauchst keine Granate nach mir werfen doch die hätt ich ganz doll lieb und dann auch noch ne Feuergranate warte ist er noch da ich hab auch ne Granate was wisst du die ist da ist unfair ist hier hinten ne Granate komm Chris Magneto bitch falsch au was wo sollte denn äh hinten Richtung Treiterraum ah ok, hallo 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 Chaos alter wie Chris halt einfach vor mir her lag ja das sieht das nicht aus ohja mir gehts grad ein bisschen mit lags aber du bewegst dich halt ihr bewegt euch beide los ja ich hab grad auch ein mega lags hier hast du dich geborgen bei mir what ok, nix doch auch hallo was war's was ist denn da los was ist denn da los äh ich weiß es nie Spieltanz hast du's bald na? na? mach dir da Ringepiz mit abfassen ja und endlich what was ist das, was macht ihr denn da ach keine ahnung ich ärgere Chaos ja bis sie dir einen Herder gibt äh was hast du denn jetzt für ne Sniper-Arnd wieder dran Kitty? oder was? ne das ist nicht die Kitty-Kanone das ist ja auch der Sniper weil der zieht auf mich ich weiß nur nicht ob Chaos das sein könnte Chaos ist gestorben Puppi schau mal was er ist scheiße gut guck ich selbst wer hat ihn eigentlich grad warte mal das was das das war ich also wenn ich wenn er jetzt inno ist dann ist es Chris Dominik du wüsstest fuck ah 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 sorry Chaos ich doch ey ah kann man nicht sein wenn ich gesehen dass Yagi ähm gerutscht ist äh und hinter dir erst runter Gibt's denn sowas ey tut mir echt leicht äh Chaos was schon passiert das war echt meine Absicht bei einer Runde bin ich noch dabei aber dann ok ok dann machen wir noch eine Runde und dann Ende jup ok mcdonalds ja muss das sein ich bin ja eigentlich mehr für kfc also äh wenn es über Passwort geht dann bin ich auch eher mcdonalds bis dahin